Einen wunderschönen guten Tag wünsche ich euch. Ich bin der Tobi von Hanfner und ich habe euch versprochen, dass ich mit euch noch den Prozess gegen mich aufarbeiten werde. Dieser ist ja doch etwas abrupt am Dienstag zu Ende gegangen und endete nun doch überraschend für viele mit einer Einstellung des Verfahrens. Das Angebot an sich hat mich schon sehr überrascht, denn es kam bei meiner Verteidigung einen Tag vor dem erneuten Prozessbeginn jetzt also rein. Die Oberstaatsanwaltschaft persönlich hat sich gemeldet und wollte dieses Verfahren also ein bisschen heimlich einstellen gegen eine kleine Auflage. Ich habe mich sofort deutlich dagegen gewehrt. Für mich war das ein bisschen zu einfach für die Staatsanwaltschaft, die sich ja doch ganz schön weit aus dem Fenster gelehnt hat, indem sie mich da mit langjährigen Haftstrafen belegen lassen wollte, über einen Zeitraum von dreieinhalb Jahren hinweg. Und jetzt kam also diese Staatsanwaltschaft und will auf einmal das Verfahren kurz vor dem Start des Prozesses einstellen. Das war für mich absolut nicht akzeptabel und ich habe das vehement verneint. Dennoch kam es jetzt nur kurze Zeit später zu der Einstellung des Verfahrens und deswegen will ich euch auch kurz die Details dieses kurzen Prozestages nennen, denn da sind ein paar Details mit drin, die durchaus spannend zu bewerten sind. Die Staatsanwaltschaft hat also keine Lust mehr gehabt, mich zu verfolgen und das, obwohl die Richterin gleichzeitig auch sagte, bei uns in Freiburg wird alles verfolgt, was mit CBD-Produkten und THC-Anteilen auch nur zu tun hat, die also potenziell vielleicht etwaig Missbrauchspotenzial beinhalten. Das Ganze ist natürlich, brauche ich euch wahrscheinlich nicht erklären, an Lächerlichkeit überhaupt nicht zu überbieten, aber sie halten da auch ganz, ganz vehement an dieser lächerlichen Gesetzgebung oder auch nur an dieser einen Interpretation dieser Gesetzgebung fest. Das ist also spannend, denn gleichzeitig sagte die Richterin mir, dass sie sich sehr intensiv mit meinem Urteil aus der ersten Instanz auseinandergesetzt hat und dass sie das auch schon wirklich sehr einmalig fand und auch löblich, dass da alle Seiten gesehen wurden, dass ich also nicht, wie das erstmal augenscheinlich ganz offensichtlich war, als Schwerverbrecher abgeurteilt wurde, sondern dass da diese Besonderheit in meinem Fall auch bewertet wurde von der Richterin und ich deswegen dann, obwohl das im Gesetz wirklich kaum vorstellbar war, ohne Strafe davon kam. Hat aber niemandem wirklich was genutzt und auch die Richterin offenbarte, dass sie natürlich über diese Gesetzgebung alles andere als glücklich ist. Dennoch hat sie mir nicht geholfen, das zu ändern, denn ich hätte ja gerne das noch länger beantragt, dass sie das Ganze mit abgibt ans Bundesverfassungsgericht und überprüfen lässt. Am Ende habe ich diese Möglichkeit aber auch selber über die Verfassungsklage nach noch einer weiteren Instanz mal überprüfen zu lassen. Das kostet aber wirklich eine Menge Geld, Nerven und natürlich auch Zeit und es war diesmal nun einfach so, dass die Richterin mir dann plötzlich offenbarte in ihrem Eröffnungsrede, dass ja bei mir auch Hasch gefunden wurde, dass also auch Haschisch beschlagnahmt wurde, also CBD-Haschisch neben den 4 Kilo sogenannten CBD-Blüten waren also auch 120 Gramm CBD-Haschisch, die beschlagnahmt wurden vor dreieinhalb Jahren. Das war also jetzt Ihrer Meinung nach mein Genickbruch, denn es ist so, dass in diesem Gesetz in Anlage 3 die Stoffe drinstehen, die also auf jeden Fall verboten sind laut unseres Betäubungsmittelgesetzes und da wird ganz explizit Cannabis-Harz in Klammern Haschisch aufgeführt. Das heißt also, wenn man nach Ihrer Interpretation geht, ist Cannabis-Harz definitiv ein verbotener Stoff, auch wenn damals natürlich noch niemand von CBD-Haschisch geredet hat, sondern immer von potentem Hasch, so steht da doch explizit und ohne diese ganzen Ausnahmeregelungen drin, dass Haschisch verboten sei. Das klang also so ein bisschen danach, dass sie die Blüten schon irgendwie noch am Ende vielleicht verstanden hätte oder auch irgendwo eine Verkehrsfähigkeit gesehen hätte, denn das hat ja auch das Urteil gleichzeitig in Berlin von der Berliner Blüte der Freispruch gezeigt, das kann doch nicht sein, dass damit so zweierlei Maß gemessen wird, dass also die Hanfblüten, die so verpackt sind und in solchen Geschäften stehen, erlaubt sein sollen und Hanfblüten, die so verpackt sind und in solchen Geschäften stehen, verboten sein sollen gleichzeitig. Das macht doch einfach keinen Sinn, dass wir unsere Gesetzgebung so differenziert und unterschiedlich auslegen, je nachdem in welchem Bundesland wir uns befinden und das hat auch meine Berichterin ganz deutlich gemacht. Sie hat sich bei anderen Gerichten in Deutschland erkundigt, wie die das denn sehen und hat also auch ganz deutlich zu verstehen bekommen, wir verfolgen so einen Quatsch gar nicht. Da haben wir gar keine Lust drauf, wir machen uns doch nicht lächerlich und so ist also die Meinung in Deutschland durchaus auch bei den Gerichten differenziert und das ist schon mal sehr spannend, denn eigentlich sollte unsere Gesetzgebung doch von unseren Gerichten auch vernünftig ausgelegt werden können und die müssen doch eigentlich auch wissen, was sie zu tun haben, aber sie wissen es anscheinend nicht, so wie alle Beteiligten in dieser ganzen Sache eigentlich nicht wissen, wie man diese dämliche Gesetzgebung auszulegen hat. Es wäre doch einfach wünschenswert, wenn wir das Ganze mal auf vernunftsbasierte Fakten neu beurteilen und ein neues Gesetz hätten. Hallo liebe Politik, könnt ihr euch vielleicht endlich mal darum kümmern, dass wir eine vernünftige Lösung hier finden, dass ich jetzt nicht mehr mein Geschäft, meinen Firmensitz vielleicht nach Berlin legen muss, damit ich Ruhe habe oder vielleicht sogar ins europäische Ausland. Wollt ihr das wirklich? Ich zahle hier total gerne steuern und da will ich auch nochmal betonen, ich bin ein absoluter Verfechter unserer Demokratie, unserer Gewaltenteilung. Ich nehme euch, eure Bediensteten immer wieder in Schutz. Ich nehme die Exekutive in Schutz in Form eurer Polizisten, die natürlich die Gesetze befolgen müssen. Ich sage immer das Beispiel, angenommen ein Polizist findet die Prohibition jetzt dämlich, kann er natürlich trotzdem nicht die Leute einfach laufen lassen. Er muss sich an die Gesetze, die ihr macht, liebe Politiker, halten. Sonst haben wir hier ruckzuck Anarchie in unserem Land und ich glaube, das wäre keine vernünftigere Lösung als die jetzige, die zumindest auch erprobt ist und uns auch viele Vorteile gebracht hat. Demokratie ist so furchtbar langsam und es ist manchmal echt ätzend, wenn man merkt, man kommt kaum vorwärts, aber das hat durchaus auch Vorteile. Genauso möchte ich jetzt die Judikative in Schutz nehmen. Ja, unsere Richterinnen und Richter, die natürlich auch sich an die bestehende Gesetzgebung halten müssen. Und es ist natürlich ein absoluter Makel, wenn unsere Gesetzgebung so unterschiedlich interpretiert werden kann, dass durch unterschiedliche Urteile am Ende gesprochen werden. Dass wir jahrzehntelang alle darüber diskutieren, dass der Vertrieb an Endkunden verboten ist. Alle haben das so interpretiert und letztes Jahr hat das höchste deutsche Gericht, der Bundesgerichtshof, also diese Meinung mal komplett aus den Angeln gehoben. Und allein das zeigt doch schon, dass diese Gesetzgebung so dringend überarbeitet werden muss. Welche Entscheidung dann getroffen werden wird, da müssen wir bei der Politik anklopfen und wir müssen grundsätzlich bei der Politik anklopfen, denn die können uns eine Veränderung herbeiführen. Das ist auch der Grund, warum ich meinen Aktivismus jetzt schon sehr, sehr lange explizit auf die Politik beschränke und fokussiere, weil da ist der Hebel, etwas für uns alle zu verändern. Ich stehe ja da jetzt auch nur stellvertretend für Millionen vor Gericht und versuche eine Veränderung für uns alle zum Positiven herbeizuführen. Habe ich aber nicht geschafft, um wieder zum Punkt zu kommen und das lag an dem bösen Haschisch. Nicht zu phasen, dass dieses Haschisch, das eigentlich kaum jemand haben wollte, mir jetzt am Ende scheinbar das Genick bricht. Es gab dann also eine Pause der Prozessiererei und meine Anwälte übersetzten mir erstmal so ein bisschen diesen Wink mit dem Zaunfall, den die Richterin da gab, dass es also ihrer Interpretation nach keine Ausnahmeregelung gibt beim Haschisch und ich kann noch so viele Prozestage lang, die mich alle auch wieder viel Geld kosten werden, noch so gute Argumente ins Feld werfen. Ich hätte sie wohl nicht überzeugt und sie hätte mich verurteilt und das wäre dann doch schlimmer gewesen als eine Einstellung, denn eine Verurteilung, wenn sie dieses Gesetz so interpretiert, die geht nun mal mit einer Mindeststrafe von zwölf Monaten einher. Da musste ich also dann wirklich auch mal für mich ein bisschen in die Zukunft gucken, was will ich denn eigentlich, was für ein Risiko kann ich mir auch leisten als Vater, als Geschäftsführer mit Angestellten und natürlich auch als Teil der Gesellschaft, der ich natürlich auch weiter noch bestehen möchte. Was ist jetzt die vernünftige Lösung? Ich habe natürlich auch noch andere Baustellen, ich habe andere Prozesse, die laufen. Ich muss da natürlich auch irgendwann doch mal ein bisschen aufpassen, dass ich nicht irgendwann doch hinter schwedische Gardinen komme, nur um der guten Sache zu dienen. Aber das war nur auf den Moment meine Meinung. Ich habe trotzdem eigentlich weiterkämpfen wollen, bis ich gehört habe, dass ich diese Geldauflage, die jetzt eben zu zahlen ist, in sechs Monatsraten zahlen kann und sobald ich eben aufhöre, diese Monatsraten zu bezahlen, geht der Prozess an dieser Stelle, an der wir ihn jetzt beendet haben, einfach wieder weiter. Das war also das, wo ich hellhörig geworden bin und gesagt habe, okay, Moment mal, egal wie wir jetzt ganz akut alle über diesen Punkt Cannabis, Harz, Haschisch denken, wenn ich den Prozess einfach wieder aufnehmen kann, dann habe ich ja nach wie vor alle Trümpfe in der Hand. Das ist ja ungefähr so, wie wenn ich jetzt nochmal einmalig eigenständig in Berufung gehen kann und den Prozess jetzt doch wieder aufnehmen, wenn ich also jetzt nicht einverstanden bin. Das heißt doch, ich habe beim ersten Punkt eine Verurteilung ohne Strafe erreicht vorm Amtsgericht. Ich habe jetzt vorm Landgericht eine Einstellung des Verfahrens angeregt von der Staatsanwaltschaft erreicht. Und ich selber habe es in der Hand. Ich habe die Fäden dieser Spielerei, so wie ich sie letztes Mal etwas flapsig formuliert habe, in der Hand und kann den Prozess wieder aufnehmen lassen. Und jetzt mache ich mir natürlich wahnsinnig viele Gedanken, wie interpretiere ich dieses Gesetz mit dem Cannabis-Harz und dem Haschisch. Ich möchte und ich kann fast schon jetzt sagen, ich werde weiterkämpfen. Ich werde dieses Verfahren also ziemlich sicher wieder aufnehmen lassen. Auch auf die Gefahr hin, dass mich diese Richterin dann tatsächlich mit einer Gefängnisstrafe belegt. Ich möchte aber vorerst alle meine Optionen natürlich auch checken, denn wir diskutieren ja jetzt wirklich schon lange, jahrelang über diese Interpretation der Gesetzgebung und vielleicht fallen uns ja noch neue Kniffe ein. Wenn ihr also mitmachen wollt, lest euch das Gesetz doch ruhig mal durch. Vielleicht seid ihr ja auch Jurist und habt da ein paar Tipps für mich, wie ich das Ganze am besten handhaben soll. Ich bekomme ganz viele Nachrichten von Anwälten, von Staatsanwälten und von Richtern, die auch ein bisschen traurig sind, dass das Verfahren jetzt so abrupt endete, ohne wirklich eine Veränderung herbeizuführen. Helft mir doch alle zusammen mit, interpretiert dieses Gesetz alle mal so, dass es einfach auch vernünftig ist, dass wir für alle eine vernünftige Interpretation dieser bestehenden Gesetzgebung haben und ich werde das ins Feld werfen bei meinem Prozess und aber parallel weiter dafür kämpfen, dass wir eine Veränderung in der Politik erreichen. Warum bin ich nicht den Weg gegangen, einfach mich verurteilen zu lassen, in Berufung zu gehen und das Ganze mit einer Verfassungsklage vom Bundesverfassungsgericht prüfen zu lassen. Das will ich euch noch abschließend kurz erklären, denn auch das gibt mir wieder eine ganz neue Möglichkeit. Es könnte jetzt sein, dass das Bundesverfassungsgericht ganz bald urteilt. Das steht ja auf der Agenda für dieses Jahr, die Verfassungsmäßigkeit dieser Gesetzgebung überprüfen zu lassen oder zu überprüfen beim Bundesverfassungsgericht. Wenn die jetzt sagen, das Ganze ist nicht verfassungsgemäß, dann kann ich mein Verfahren natürlich sofort wieder aufnehmen und ich werde freigesprochen mit allem, was dazu gehört. Es könnte ja auch leider passieren, dass das Bundesverfassungsgericht erneut urteilt, dieses Cannabisverbot ist grundsätzlich in Ordnung und kann aufrechterhalten werden, vielleicht unter gewissen Auflagen oder Umständen, wie auch immer, könnte passieren. Dann habe ich die Möglichkeit, mein Verfahren auch wieder aufnehmen zu lassen, wenn das innerhalb dieser sechs Monate passiert und weiter zu prozessieren, zum Oberlandesgericht zu gehen, danach Verfassungsklage einzureichen beim Bundesverfassungsgericht und dann könnte das Bundesverfassungsgericht nochmal ganz isoliert über Nutzhanfprodukte entscheiden, ob das denn auch in Ordnung ist, mich wie ein Schwerverbrecher anzuklagen, nur weil ich harmlose Nutzhanfprodukte, an denen sich noch nie irgendjemand berauscht hat, vertrieben habe. Das ist also durchaus spannend und somit habe ich doch noch alle Möglichkeiten in der Hand, obwohl ich auch schon eine Verbesserung erreicht habe. Das waren also die Argumente, die mich dazu bewogen haben, das Verfahren jetzt mal kurz ruhen zu lassen, denn nichts weiteres ist passiert. Ich kann unter Umständen natürlich auch entscheiden, ich lasse das, ich sehe da gar keinen richtigen Sinn mehr drin, diesen Kampf an dieser Stelle weiterzuführen, dann kann ich einfach diese Auflage bezahlen und alles hat sich erledigt. Am Ende habe ich aber nur auch auf ganz viel Geld verzichtet. Der Staat hat mich massiv geschädigt, hat mich massiv beeinflusst und hat mich fast in die Insolvenz getrieben, kann man ja ruhig mal so offen sagen. Da habe ich mich gerade wieder rausgekämpft und mit dieser Einstellung verzichte ich natürlich auch auf jede Form der Wiedergutmachung. Ich habe aber von Anfang an gesagt, das ist nicht mein Antrieb. Ich möchte einen Freispruch ja vor allem, um eine Veränderung für uns alle zu erreichen. Wir müssen einen Präzedenzfall schaffen, wenn unsere Politik einfach nicht aus dem Quark kommt und das ist ja im Moment einfach mal das Problem. Dieser Präzedenzfall wird aber ja vielleicht schon unnötig sein, wenn das Bundesverfassungsgericht bald urteilt und wenn es andere Möglichkeiten gibt, dass ich mit meinem Verfahren unser Ziel erreichen kann, dann werde ich es versuchen. Das verspreche ich euch hier und heute noch einmal. Der Kampf ist noch nicht vorbei und wir werden am Ende gewonnen haben, auch wenn ich jetzt gar nicht so unbedingt von Gewinnen sprechen möchte, denn wir haben ja einfach nur unsere Gerechtigkeit erreicht und eigentlich sollte das selbstverständlich sein. Liebe Politik, bitte, bitte kümmert euch um uns alle. Es sind hier Schicksale, die betroffen sind. Legalisiert doch einfach, dann können wir diesen bescheuerten Kampf auch einfach aufhören und dann geht es ja noch darum, dass ihr aktiv unsere Gesundheit gefährdet, indem ihr nicht legalisiert. Denkt da mal drüber nach, diese gestreckte Scheiße, die im Moment überall unterwegs ist, die lasst ihr weiter durch unsere Köpfe rauchen, denn konsumiert wird sowieso. Das haben alle Verbote in der Geschichte gezeigt, legalisiert jetzt endlich Cannabis zum Wohle der Volksgesundheit. Darum geht es. Vielen Dank fürs Zuhören.